eines commandes genau sind sie das denn in dem fall ist das ihr verrat darf ich nur schießen sind das deine befehle ja und ich habe meine die waffe runter ungehorsam wird ein untergang sein ja du musst wohl hier bleiben Admiral Versio Commander Versio und Agent Miko haben die Mission verraten tut mir leid habe verstanden bringen sie mir GLEP das ist ihre Mission ich werde mich um die Verräter kümmern hm auf der anderen Seite des Platzes ist ein Durchgang so kommen wir raus ich bin bereit komm an nicht schießen wenn sie uns sehen gibt's Ärger neue Befehle Bereich sichern wenn ihr die Detaure seht sofort Feuer wir sind zu ungeschützt wir brauchen mehr Deckung was ist denn F1 was ist denn F1 sie sehen uns nicht ok das sollte auch so bleiben was ist der Typ der Sturm wird langsam stärker wir müssen den Planeten verlassen wir hatten Glück los jetzt in den Durchgang wir müssen zur Corvus und raus aus imperialem Herrschaftsgebiet sie haben ihren Vater gehört vorher schießen sie uns ab dann müssen wir die Flugabwehrkanonen ausschalten ah das sieht übel aus ganz ruhig Miko die Zivilisten auf der Corvus verlassen sich auf uns wir haben keinen imperialen Funk die Corvus wird nicht mal wissen dass wir kommen uns fällt schon was ein ok geh heck das Ding es hält sich sehr wichtig ganzcip sch following espolitisch tun ihr was ist nur sp und ich diesen wir sind zum tode verurteilt wenn wir nicht aufpassen sind wir dran wir können die flugabwehrsysteme vor uns abschalten hier noch was ist das halbmückig das nehme ich auf jeden fall was ist das was ist das was ok tut mir leid tut mir leid alter fliehen der schiffe andere wollen sich auch in sicherheit bringen und ganz ruhig dann bemerken sie uns nicht auf mein zeichen du musst was für mich hacken kampfläufer bringen truppe an dieses gebiet deckung halten wir stehlen jetzt ein 80 80 und 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 hier ist ein Gerst ok mein Scheiße Scann die Gegend. Spann die Gegend. Was ist das? Was ist das? Ja, jetzt sind wir drinnen.